Herzlich Willkommen zurück Placer 2 auf Hossin. Wir spielen als Heavy mit der NS-15 M2. Den muss ich ja noch durchspielen, um die Battages zu kriegen. Und versuchen wir heute mal ein paar Kills abzugreifen mit der Waffe. Gucken wir mal, ob uns das gelingt. Insofern eine Erschildungsgarate reinzuschmeißen. Habe ich auf jeden Fall gerade einen Cloaker gehört. Die sind unter uns. Da läuft doch einer. Verdammt. Medic! Thank you. Oh shit. Da sind wir direkt in die Arme von Max gelaufen. Scheiße. Kriegen wir noch mal einen Medic oder nicht? Schwierig für die Medics gerade. Bleiben noch einen Moment liegen. Das ist jetzt wohl nichts, weil der Max da ist. Aber das müsste es ja auch gleich wieder gewesen sein. Ich glaube, der Sandy von denen ist auch down. Nur noch 36% hier. Kronate los! Hier unten ist doch einer. Mist, der war doch oben. Da ist einer. Ich glaube, die haben immer noch einen Sandy hier. Scheiße. Da kam der nächste Max. Wie viele Max haben die denn immer die NCs? Der Wahnsinn. Aber das war es hier unten sowieso. Gucken wir mal was hier oben ist. Oh, wir werden nochmal aufgehoben. Aber hier ist eh nichts mehr los. Wir verlegen uns nochmal. Und gucken wir mal wo wir hin da gehen. Hier haben wir eh keine Chance. Hier oben können wir hingegen gegen die Terraner. Machen wir das doch mal. Wir können uns ja mal einen Flash mitnehmen oder sowas. Mit der Shotgun drauf. Dann gehen wir mal Richtung Techplant. Wir haben noch keinen Techplant hier. Das ist das Problem. Hier oben. Hier ist schon wieder ein Harasser. Denke ich mal, dass das ein Harry ist. Nein. Flieg nicht hoch. Überfahr ihn. Jawoll. Ist immer so geil. Hey. Ich schieße denn auf uns. Oh, hier sind Lightning help. Hilfe. Oh, ich hatte einen Zweck mit der Heart string. Shit. wir haben auch kein sandi hier gar kein sandi dann gehen wir mal hier nebenan hin auch wieder als heavy die ns waffen sind sowieso richtig gut stirbt doch mensch geht doch a blinkend jetzt gerade ein sehr gut mit der shotgun war der unterwegs wenn man weiß dass der andere shotgun hat dann sollte man am besten nicht nahkampf gehen nein nicht dahin gehen schade ich dachte wenn hier oben schon das war nicht geplant jetzt max getroffen jetzt ja noch von der seite überschossen und hier ist auch noch aber oben kurz hier ein bisschen sichern das ist ein glocker gut damit er nicht gekriegt und ja wieder jetzt hier ist alles voll nein jetzt habt ihr genau in unsere schussbahn ich kann euch ja mal kurz zeigen was ich alles drin habe der chevron windungsfeuer dämpfer vorderer handgriff und hochgeschwindigkeit munition größere distanz machen wir jetzt aber mal weg nicht auf mich schießen nein mit claymore wahrscheinlich vom gerade den wir gesehen haben als glocker der tüberschen gelegt mit kröte vielleicht noch irgendwann hin ich hoffe nicht also der schüttungsgranate ja wer wollte irgendwas legen aber egal wir haben passend ist hier aber jetzt kommen wahrscheinlich alle runter oh shit oh shit da ist alles voll alles voll werden zu aufgeräumen wir müssen aber jetzt wir müssen mal zurück mal her mal her Oh-oh. Merik, schnell gut. Komm ich hier hoch? Oh. Da stand doch gerade einer. Ah, jetzt hätte ich die andere Munition doch gebrauchen können, aber es geht auch noch. Da kommt gleich einer irgendwo. Weißer. Gut, dass man öfters mal auf die Minimap guckt. Ist immer von Vorteil. Wir müssen trotzdem mal hier auf die andere Seite, weil sonst sind wir gleich Matsche. Gehen wir mal hier hoch. Hier oben ist auch schon wieder einer. Wer macht den doch da run, Jungs? Muss ich das halt machen. Muss man mal ein Schild wieder aktivieren lassen. Wie viele Radarpfeile von den Cloakern. Und dann sind wir down. Versuch's jetzt mal als Cloaker. Verbindungsqualität ist schon wieder miserabel. Schlecht, ey. Ah, ist jetzt Zeit, dass sie das mal endlich mal in den Griff bekommen. Und zwar hier so viele Fahrzeuge, aber. Oh. Scheiße. Vielleicht läuft der gleich rein. Ist ja cool. Den habe ich gerade nicht gesehen. Ein Spotter mal hinstellen. Vielleicht taucht er gleich auf dem Radar auf. Wo war der denn? Gibt's doch gar nicht. Jetzt sind wir bei ihnen. Da läuft er hinten. Wenn der das war. Ah, ich komme wieder so schlecht hoch, ne. Das gibt's nicht. Ich weiß, manchmal hasse. Aber ich glaube, der... Das kann doch nicht sein. Geht doch. Läuft da einer unten. Boah. Geht gehabt. So ein Cloaker. Natürlich ist die Waffe jetzt nicht auf weite Distanz geeignet, aber... Aua. Ja, den haben wir noch gekriegt. Das war wichtig. Sonst habe ich auch nichts wirkliches. Da sind wir eh. Runterlegen. Hier könnte man vielleicht noch mal reinschauen. 50-50 von der Prozentzahl. War auch noch mal nicht schwer in die Hand. Da ist ne Riva. Einfach mal draufknallen. Okay. Der ist down. Ach du Scheiße. Der Scheiß liegt da oben. Der nervt. Ja, liegen daneben. Hagel- Boges gehen. Scheiße, da wollt die nicht hinwerfen. Oh, ich muss erst nachschauen. Was denn? Hab ich nicht getroffen? What? Kann nicht sein. Naja, geil. Oh, ich muss nachladen. Nicht gut. Oh, die nächste Max. Na ja, 50 Sekunden noch. Dann war es das hier leider. Gehen wir schon mal einen zurück. Max Einheit identifiziert. Was auch sonst bei den NCs? Hey, nicht abhauen. Bleib mal schön hier, mein Freundchen. Oh, oh, da kommt noch einer. Muss ich nachladen. Und jetzt holen wir uns den ein. Hi. Gemessert. Das konnte ich mir jetzt nicht nehmen lassen. Kriegen wir den auch? Kommt! Ach, verdammt nochmal. Schade. Da fährt ein Wenger rum. Jetzt handen die. Jetzt kommen die alle von der anderen Base. Ah, ist der Klocher. Schüttungsgranate hinschmeißen. Ach, komm schon. Hier war doch gerade einer, oder nicht? Okay, der ist tot. What? Ach, Mann. Den habe ich überhaupt nicht kommen sehen. Oh, da ist gerade eine... eine Valkyrie abgesprungen. Oh, shit. Brauch Granate. Ist jetzt gar nichts. Ach, du scheiße. Stonehenk NC. Kriegen wir hier noch ein Medikin? Ne, wir haben nur zwei Mediks gerade. Na gut. Ich kann mir leider eh nicht viel machen. Noch ist ein Sieg möglich. Max. Erstmal in der DZ dahin schießen. Boah. Spritze in die Hand. Aber die brauchen wir jetzt nicht benutzen. Aber jetzt mal schnell. Mal schnell nachladen. Dezidig mal schnell nachladen. Na ja, den haben wir noch bekommen. Ach, den Mokas auch noch. Der macht auch coole YouTube-Videos. Der Franzose. Na ja, ist ja kein Franzose. Aber hört sich so an. Ist ein bisschen französisch drin. Ja, das war's wieder mit der Folge. Ich sag mal, bis zur nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und... See you soon und bye bye.